Hallo hier im Body Planet. Hier euer Tamagallal. Heute mein Lieblingsprodukt. 100% Kreatineffekt. Ein einzigartiges Produkt auf dem Markt. So was gibt es gar nirgends. Wir sind die einzigen. Was ist an hier so gut dran? Es ist Magensaftresistent. Es wird also erst im Dünndarm aufgenommen, da wo es Kreatin eigentlich hin soll. Wie wirkt Kreatin eigentlich im Körper? Kreatin sorgt dafür, dass wir mehr Kraft bekommen. Durch diese mehr Kraft können wir erst mehr Eiweiß in den Muskel einschleusen, wenn wir auch härter trainieren. Der Vorteil hier an dem Kreatineffekt ist folgendes. Du ziehst davon kein Wasser mehr. Es löst sich erst im Darm auf. Also man speichert nicht mehr so viel Wasser. Du brauchst keine Aufladephase. Du kannst es auf Dauer nehmen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Also ich persönlich nehme das jetzt schon wieder seit einem Jahr durchgängig durch. Und ich muss sagen, ohne das mag ich gar nicht mehr trainieren. Wie gesagt, auch hier wieder ein deutsches Produkt mit Apothekenzulassung. Wir haben hier wirklich die beste Qualität drin, was man an Kreatin bekommen kann. Probier es einfach aus. Komm vorbei und du wirst merken, wie gut es bei dir wirken wird. Ich freue mich schon auf deinen Besuch. Bis bald.